Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferrell und in diesem Video schauen wir uns fünf Aktien an mit aktuellen Aktien-Insider-Käufen, das heißt, wo CEOs, Aufsichtsratschef und so weiter Aktien vom eigenen Unternehmen gekauft haben. Und das ist natürlich mal ein ganz, ganz spannender Indikator, ob eine Aktie eventuell aktuell kaufenswert sein könnte. Wir schauen uns da die fünf spannendsten an aus dem Oktober 2023 und ich bin sehr, sehr gespannt auch auf deine Meinung. Schreib auch du gerne mal in die Kommentare, welche Aktien du so aktuell gerade kaufst und jeder Kommentar bekommt auch eine Antwort von mir. Ja, und woher weiß ich überhaupt, welche Insider aktuell denn überhaupt Aktien vom eigenen Unternehmen kaufen? Nun, das ist gesetzlich geregelt, denn nach §15a Wertpapierhandelsgesetz müssen Insider innerhalb von fünf Tagen sowas melden und ich habe mir hier mal die fünf spannendsten Aktien rausgesucht und wir starten jetzt mal direkt rein mit Aktie Nummer 1. Ja, und die allererste Aktie, die wir uns anschauen, die ja nachgekauft worden ist oder überhaupt gekauft worden ist, ist die Broadcom-Aktie. Du siehst das hier vom Aufsichtsrat für rund 860.000 Dollar und Broadcom ist eine ganz, ganz tolle Halbleiteraktie und wenn man sich mal den Chart anschaut, da könnte man jetzt zu Recht fragen, warum kauft denn hier ein Aufsichtsratschef am All-Time-High? Und da kann ich dir ganz klar sagen, ich habe mich auch erst mal gewundert, aber wenn man sich mal so die Fundamentaldaten anschaut und auch grundsätzlich anschaut, was Broadcom überhaupt macht, dann kann man das durchaus nachvollziehen, warum er jetzt hier am All-Time-High gekauft hat und es ist auch durchaus nachvollziehbar, warum die Aktie am All-Time-High überhaupt ist. Denn Broadcom ist ein Halbleiterunternehmen, was aber eben auch KI, ja Fantasien hat und wirklich gigantisch groß ist. Also die meisten kennen wahrscheinlich Nvidia, Broadcom ist etwas ähnliches, nur dass sie eben ja etwas kleiner sind und auch eben ja deutlich günstiger bewertet sind, aber trotzdem meiner Meinung nach genauso viel Potenzial haben und von daher würde mich das jetzt auch nicht zurückhalten, jetzt hier am All-Time-High zu investieren, genauso wie der Aufsichtsratschef. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Euro, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis und jetzt haltet euch fest, von 25, was echt günstig ist für ein Halbleiterunternehmen, gerade eben auch, wenn man dann noch eben die Fantasien für KI sieht, genauso wie bei Nvidia natürlich auch ein extrem wichtiges Unternehmen für den Fortschritt von KI. Und ja, eben Broadcom hier mit einem KGV von 25, Nvidia liegt glaube ich über 100 oder 120, also überhaupt kein Vergleich. Hier haben wir auch eine Dividendenrendite von 2,18% und die wird seit 11 Jahren gesteigert und jetzt haltet euch fest, sie wird in den letzten 10 Jahren pro Jahr um unglaubliche 37% gesteigert. Also jedes Jahr 37% Dividendensteigerung, das ist wirklich der Hammer und von daher, wie gesagt, es gibt hier tolle Fantasien für KI, also jetzt sind das nicht nur rein theoretisch, sondern sind tatsächlich auch in der Realität da und wir haben auch hier eine große Übernahme jetzt noch, also das Unternehmen ist auf Wachstum und von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen. So, kommen wir zu in dem Fall Enkavis, hier hat der Vorstand gekauft und ja, Enkavis ist ein Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, 12,37 Euro kostet die Aktie aktuell, ja und hier schaut es alles andere als All-Time-High-Lastig aus, denn die Aktie ist eher nach unten gerichtet, wir sehen das hier aber an sich trotzdem ein Unternehmen, was sehr, sehr spannend ist und gerade auch deswegen sehr, sehr spannend ist, weil wir jetzt eben auch hier wieder in Unterstützung kommen, die durchaus überzeugen können und wo die Aktie eben auch sich stabilisieren kann. Stabilisieren kann, das ist jetzt kein Stabilisieren-Muss, also das auch als kleiner Hinweis, es ist durchaus gerade ein fallendes Messer, aber ein durchaus interessantes fallendes Messer, denn wir haben bei Enkavis ein Unternehmen im Bereich von Windparks, Solarparks und ja, es läuft eigentlich ganz gut, aber letztendlich, wir wissen es ja alle, die gesamte Solar- und Energiebranche ist aktuell so ein bisschen unter die Räder gekommen und dementsprechend auch Enkavis, Enkavis sogar ein bisschen mehr als der Rest, denn sie haben eine kleine Marktkapitalisierung, sowas ist natürlich dann immer besonders im Ausverkauf, denn wir haben hier zwei Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also ein eher kleines Unternehmen, Kursgewinnverhältnis von 31, was in Ordnung ist für das Wachstum, was das Unternehmen eigentlich hat und 2,46 Prozent Dividendenrendite, wobei man dazu sagen muss, die Dividende wurde von der Hauptversammlung mehrheitlich gestrichen, denn sie wollen hier auf weiteres Wachstum setzen und das finde ich dementsprechend auch sinnvoll, denn das Unternehmen braucht das Geld für eigene Investitionen und von daher würde ich da eben auch diese Dividendenrendite gar nicht so wichtig finden, sondern eben, dass der Kurs sich hier wieder fängt und eben auch wieder nach oben geht und das kommt in der Regel, wenn man eben den Gewinn nicht mehr ausschüttet, sondern eben reinvestiert in sinnvolle Projekte und in weiteres Wachstum und von daher für mich persönlich ein Erstkauf wäre das, also wenn ich hier in mehreren Tranchen kaufe und das würde ich auch empfehlen, würde ich hier als eine erste Tranche kaufen und dann abwarten, bis sich das Ganze stabilisiert. So, wir kommen zu einem wirklich ganz, ganz tollen Unternehmen, wo der Vorstand auch gekauft hat, nämlich MTU Arrow Engines und wenn ich das mal zu einem deutschen Unternehmen sage, dass ich das wirklich ganz, ganz toll finde als Aktie, dann ist das schon sehr, sehr selten und besonders und bei MTU Arrow Engines ist das so, 163,30 Euro, also wirklich ein tolles, tolles Unternehmen, was aber zum Glück für Aktionäre, die jetzt hier eben einsteigen wollen, ja aktuell ein bisschen auch unter die Räder gekommen ist oder unter das Triebwerk besser gesagt, denn MTU macht ja Triebwerke für die ganzen großen Autobauer, Autobauer sage ich schon, für die ganzen großen Flugzeugbauer und ja, wir haben ja ein grundsolides Unternehmen aus Deutschland, was aber eben aktuell Zulieferprobleme hat für die Getriebe und ja, das ist eben ganz, ganz schlimm, wenn man dann natürlich die Turbinen ja dementsprechend entweder kostenintensiver oder eben weniger ausliefern kann oder weniger produzieren kann und das ist eben der aktuelle Grund für den Abverkauf und da muss ich ganz klar sagen, das ist vermutlich keine Sache, die langfristig Probleme machen wird. Wir sind hier aktuell auch wieder auf einem charttechnisch interessanten Niveau, wo auch das Aufwärtspotenzial meiner Meinung nach größer ist als Abwärtspotenzial. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 8,8 Milliarden Euro, Kursgewinnverhältnis von 19, was ich persönlich eher für günstig finde für so ein tolles, solides Unternehmen und eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent, die seit drei Jahren gesteigert wird. Klar, auch die hatten Probleme im Jahr 2020, ihr wisst alle warum, die gesamte Reisebranche ist zusammengebrochen. Deswegen auch hier normalerweise eine längere Dividendenhistorie, aber in dem Fall seit drei Jahren wird sie gesteigert um unglaubliche 10 Prozent pro Jahr. Also auch hier wirklich sehr solide als Dividendentitel, wenn nicht gerade wieder die gesamte Welttourismusbranche zusammenbricht und der Abverkauf, der aktuell stattgefunden hat, der ist mir zu übertrieben. Wir sehen auch einen extrem großen Abstand zwischen der 50-Tage-Linie, 200-Tage-Linie und dem aktuellen Kurs. Also das wirklich für langfristige Investoren, wirklich meiner Meinung nach eine super Chance und dementsprechend auch mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtspotenzial. Wie gesagt, macht immer eure eigenen Einschätzungen, Analysen, aber für mich persönlich wirklich ein absoluter No-Brainer, aktuell MTU zu kaufen. Ja, kommen wir zu Nike und auch hier habe ich persönlich schon nachgekauft. 2.10. da gab es einen großen Kauf von 1,2 Millionen vom Aufsichtsrat, war das glaube ich gerade, oder Vorstand. Nike, ein super Unternehmen, auch das, ich glaube, ich brauche nicht erklären, was das Unternehmen macht. 92,11 Euro kostet die Aktie aktuell und ich habe hierbei rund 90 Euro nachgekauft, habe bereits eine forschende Position gehabt und ja, Nike an sich natürlich super solide, 140 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Kursgewinnverhältnis von 29, was historisch gesehen für Nike eher günstig ist. Dividendenrendite von 1,41 Prozent und die wird seit 20 Jahren um rund 13 Prozent pro Jahr gesteigert. Also auch wirklich hier ein schöner Dividendentitel gepaart mit Wachstum, das auch langfristig immer noch intakt ist und wir sind auch hier an einer charttechnischen Unterstützung. Also von daher auch hier für mich persönlich ganz klarer Kauf, keine Argumente, dass die Aktie weiter noch fallen sollte, sondern eher steigen könnte. Und was hat überhaupt dazu geführt, dass Nike so abgestraft worden ist? Es lag unter anderem daran, dass eben zum Beispiel Footlogger so ein bisschen Probleme hatte, Gewinnwarnung rausgegeben hat. Es gibt das große Problem von vielen Diebstählen, vor allem in den USA eben, dass eben viele Läden überfallen werden, dementsprechend auch teure Sneaker geklaut werden und das drückt natürlich alles auf die Umsätze, Gewinne und so weiter von den ganzen großen Sportartikelherstellern und selbstverständlich auch Konsumenten, die etwas zurückhaltender sind in Rezessionsängsten und Inflationspaniken, ist natürlich auch ein Faktor, aber an sich, wir haben jetzt noch die EM, die ansteht nächstes Jahr, wir haben grundsätzlich auch ein grundsolidiges Unternehmen, was wächst und wächst und wächst, also von daher auch hier mehr Potenzial als Risiken meiner Meinung nach, aber auch da dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ja, kommen wir wieder zu einem Unternehmen aus Deutschland. E.ON, für mich persönlich kein so tolles Unternehmen, aber trotzdem möchte ich mal ganz kurz für dich analysieren, warum die Aktie aktuell nachgekauft worden sein könnte vom Vorstand hier. E.ON, durchaus ein solides Unternehmen, ist ja so quasi diese Standardaktie neben der Telekom in Deutschland, wenn es um Dividenden geht eigentlich, was irgendwie so die Großeltern vielleicht dem Enkel irgendwie ins Depot liegen. Ja, kann man machen, also ich finde Aktien aus Deutschland wie zum Beispiel RWE deutlich interessanter oder eben auch NextEra Energy, für mich aktuell absolut kaufenswert, auch ein Energieversorger aus den USA. Da finde ich E.ON tatsächlich nicht so interessant, aber, und das würde ich mir vielleicht vormerken, hier so in dem Bereich, so bei 10 Euro kann man durchaus mal einsteigen, weil auch hier eine starke Unterstützung liegt. Aktuell sind wir noch im Abwärtstrend, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es gibt so eine schöne Dividende von 4,74%, aber das wäre jetzt trotzdem mir nicht das Risiko wert, dass ich hier einsteigen würde, gerade auch, wenn man hier mal betrachtet, und deswegen auch so eine kleine Chart-Technik-Kunde, die gelbe Linie, die 50-Tage-Linie, kommt hier ganz langsam der Lina nahe, also die 200-Tage-Linie, und wenn die sich kreuzen, also wenn die gelbe von oben nach unten durchsticht, dann ist das ein sogenanntes Death-Cross, und das bedeutet, dass der Kurs potenziell davon runtergedrückt wird. Das heißt hier, ab 10 Euro würde ich tatsächlich einsteigen, aber auch nur mit einer kurzfristigen, spekulativen Position, aber ansonsten, ich kann den Nachkauf hier nicht ganz nachvollziehen, vielleicht war es auch eine Prämie, die der Vorstand hier einfach grundsätzlich automatisch erhalten hat, das kann durchaus auch sein bei diesen Insider-Käufen, aber an sich, E.ON wäre für mich persönlich aktuell kein Kauf. Wenn du das anders siehst, schreib das gerne in die Kommentare, und lass auch gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast, auch gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir extrem weiter für das Video, und auch wie gesagt, gerne deine Meinung in die Kommentare, und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist, und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, viele schöne Renditen, mach's gut, dein Flo Farrell.